Das Buch vom Propheten Hesekiel Im ersten Video wurde uns der Priester Hesekiel vorgestellt, der gerade im babylonischen Exil sitzt. Er sieht sich der beeindruckenden Herrlichkeit von Gottes Gegenwart im Tempel gegenüber, aber sie erscheint ihm in Babylon. Er erkennt dann, warum das so ist. Es liegt an Israels Götzendienst und Ungerechtigkeit, die Gott dazu brachten, sich von seinem eigenen Tempel abzuwenden. Und trotz der Hoffnung für die Zukunft wird in diesem Buch die Botschaft von Hesekiel zum göttlichen Gericht weitergesponnen. Erst für Israel selbst und dann für die Nationen rund um Israel. In Kapitel 33 gab es einen Schlüsselmoment. Jemand berichtete Hesekiel, dass die babylonische Belagerung in Jerusalem vorbei war. Denn die Stadt war erobert, der Tempel war zerstört und Hesekiels düstere Worte der Warnung sind wahr geworden. Das Exil war die schlimmste Katastrophe, die Israel jemals passiert ist. Und es stellte die große Frage, ob Gott mit Israel endgültig fertig ist. Aber erinnere dich an das Ende von Kapitel 11. Gott hat versprochen, dass es für Israel immer noch Hoffnung nach dem Exil gibt. Der Rest vom Buch ist so aufgebaut, dass Hesekiels Vision der Hoffnung genauer betrachtet werden kann. Erstens für Israel, dann für die Nationen und dann für die ganze Schöpfung. Das Volk Israel schöpft neue Hoffnung, als Gott ihnen einen neuen David verspricht. Einen zukünftigen messianischen König. Er wird der Anführer sein, den Israel brauchte, aber nie bekommen hat. Und dieses neue, vom messianischen König regierte Israel wird ein verändertes Volk sein. Gott wird sich mit ihrem Kernproblem der Rebellion beschäftigen, indem er ihnen ein neues Herz schenkt. Es ist genau wie Mose am Ende vom Buch Deuteronomium versprochen hat. Gott sagt, er wird ihre harten Herzen wegnehmen und ihnen seinen Geist geben. Er wird ihnen weiche Herzen geben, die Gott lieben und gehorchen können. Und diese Idee wird in der nächsten seltsamen Vision weiterentwickelt. Hesekiel sieht ein großes Tal voller trockener menschlicher Knochen und Skelette. Und Gott sagt ihm, das ist ein Bild, eine Metapher für Israels geistlichen Zustand. Ihre Rebellion gegen Gott endete im Exil und buchstäblich im Tod von vielen Menschen. Aber es war auch ein Tod im übertragenen Sinne, nämlich in Bezug auf ihre Bundesbeziehung. Und Gott sagt Hesekiel, dass sein Geist sein Volk zurück zum Leben bringen wird. Und so kommt dieser Wind und bringt alle Knochen dazu aufzustehen. Sie werden mit Atem und Leben erfüllt. Und dann wächst Haut über den Knochen und plötzlich sieht Hesekiel all diese neuen Menschen vor sich stehen. Diese Vision erinnert an die Geschichte von der Schöpfung der Menschen in Genesis Kapitel 2, als Gott aus Erde und göttlichem Atem Menschen erschuf. Israel und die ganze Menschheit haben rebelliert und das Resultat ist der Tod. Und so ist die einzige Hoffnung die, dass Gott einen neuen Schöpfungsakt durchführt und die Menschen so neu gestaltet, dass sie wirklich in einer Beziehung voller Liebe leben können. Zu Gott und zueinander. Und nachdem Gott sich mit dem Bösen in den Herzen von seinem Volk befasst hat, bleiben immer noch einige Fragen unbeantwortet. Wie zum Beispiel, was ist mit dem Bösen, das immer noch ungezügelt in den Nationen wütet? Und wie steht es um die Zukunft von dem Ort im Tempel, an dem Gott sein wird? Darum geht es in den letzten zwei Abschnitten vom Buch. Als erstes kommen die Kapitel 38 und 39. Sie versprechen Gottes endgültigen Sieg über das Böse in den Nationen. Das wird durch einen Herrscher namens Gok personifiziert, der aus dem Land Magok kommt. Dieser Name stammt aus einer Ahnenreihe antiker Königreiche und Länder aus Genesis Kapitel 10. Er bezog sich auf die mächtigen Nationen aus der Vergangenheit. Und so greift Hesekiel diesen alten biblischen Namen als Bild für alle gewaltvollen Königreiche auf. Wir erfahren, dass Gok sich mit sieben Nationen zusammenschließt, die aus allen vier Himmelsrichtungen kommen. Das ist ein klares Bild für alle Nationen der Welt. Das hilft uns zu verstehen, warum Hesekiel Gok mit Bildern beschreibt, die er vorher im Buch benutzt hat, um den König von Tyrus und den Pharao von Ägypten zu beschreiben. Für Hesekiel ist Gok eine Mischung aus allen schlimmsten und gewaltvollsten Menschen in der Bibel. Gok ist die Urform der menschlichen Rebellion gegen Gott. Die grundlegende Geschichte in diesen Kapiteln ist, dass Gok sich Gottes Plan widersetzt, sein Volk wiederherzustellen. Und genau wie der Pharao in der Geschichte vom Auszug aus Ägypten, kommt Gok, um das Volk zu zerstören. Aber Gott schüttet seine Gerechtigkeit über Gok aus. Es folgt ein Gewimmel aus Szenen, die aus literarischer Sicht nicht viel Sinn machen, wenn man sie in ihrer Reihenfolge liest. Denn als erstes werden Gok und seine Armeen durch ein Erdbeben getötet. Dann zwei verschiedene Male durch Feuer. Und danach werden sie von Gott auf dem Schlachtfeld geschlagen, wo sie dann über Monate auf dem Feld rumliegen. Es ist deutlich, dass diese Szenen voller Symbole und Bilder sind. Hesekiel hat seinen ganzen dichterischen Werkzeugkoffer hervorgeholt, um Gottes Entschlossenheit zu beschreiben, mit der er endlich das Böse im Menschen besiegen wird, das seine Welt zerstört hat. Er tut das, um den Weg für eine neue Schöpfung zu ebnen. Und nachdem das Böse in den Nationen endlich erledigt ist, wird im letzten Abschnitt vom Buch beschrieben, wie Gottes Gegenwart eines Tages zu seinem Volk und in seinen Tempel zurückkehrt, zur Wiederherstellung des Universums. Als erstes bekommt Hesekiel eine lange ausführliche Vision von einem neuen Tempel in einer neuen Stadt. Er bekommt einen himmlischen Reiseführer zur Seite gestellt, der ihn in der neuen Tempelanlage herumführt. Der ist jetzt sogar noch größer und noch majestätischer als Salomos Tempel. Es gibt einen neuen Altar, neue Priester und ein ganz neues Anbetungssystem. Und nach dieser ausführlichen Tour kehrt der Thronstreitwagen von Gott, den Hesekiel in seiner ersten Vision gesehen hat, zurück in den Tempel. Die Bedeutung dieser Tempelvisionen ist schon seit langer Zeit der Ursprung für eine Debatte. Ein paar christliche und jüdische Leser glauben, dass diese Vision sich eines Tages genau so erfüllen wird, wie sie da steht. Sie glauben, dass diese Kapitel den tatsächlichen Bauplan für den neuen Tempel zeigen, der aufgebaut wird, wenn der Messias wiederkommt und Gottes Königreich bringt. Aber viele andere jüdische und christliche Leser denken, dass diese Vision voller Symbole ist, genau wie die anderen Visionen von Hesekiel. Sie stellen die Wirklichkeit von Gottes Gegenwart dar, wenn sie im messianischen Königreich zu seinem Volk zurückkehrt. Aber nicht unbedingt in der Form eines echten Gebäudes. Egal, welche Ansicht du hast, es ist wichtig zu beachten, dass Hesekiel diese Stadt nie Jerusalem nennt. Und die Kapitel 47 und 48 zeigen, warum. Hesekiel sieht einen winzigen Strom aus dem Tempel fließen, über die Türschwelle und die Stufen. Und dann wird er zu einem reißenden Fluss. Er fließt aus dem Tempel durch die Stadt in die Wüste in einen der einsamsten Orte der Welt, das Tal vom Toten Meer. Und dieser Fluss hinterlässt eine Spur von Bäumen und neuem Leben. Das Tote Meer wird in ein lebendiges Meer verwandelt, in dem es vor Pflanzen und Tieren nur so wimmelt. All diese Bilder stammen aus dem Garten Eden in den Genesis Kapiteln 1 und 2. Und wir sehen, wie kosmisch Hesekiels Vision wirklich ist. Gottes Plan war immer, die ganze Menschheit wiederherzustellen und die ganze Schöpfung in seine lebensspendende Gegenwart zu holen. Und so endet das Buch mit dem Namen dieser Gartenstadt. Er lautet Hier ist der Herr. Hesekiels Visionen enden hier. Voller Hoffnung auf eine neue Zukunft. Neue Menschen, die in einer neuen Welt leben, die von Gottes lebensspendendem Geist erfüllt ist. Diese Welt ist durchdrungen von Gottes Liebe und Gerechtigkeit. Und darum geht es im Buch von Hesekiel. Wir glauben, dass sich ein roter Faden durch die gesamte Bibel zieht. Und wir machen Videos wie dieses, um dir zu helfen, den Aufbau und die Kernaussage eines Buchs besser zu verstehen. Das ist nur möglich, weil Menschen das Projekt unterstützen. Wenn du mehr darüber wissen willst, dir dieses Video und das dazu passende Plakat kostenlos herunterladen möchtest, dann besuche unsere Website www.dasbibelprojekt.de